Die Lage ist sehr, sehr ernst, Commander. Alliierte und sowjetische Truppen haben weite Teile des Hafens von Yokohama besetzt. Sie müssen den Hafen zurückerobern und den Feind vertreiben. Um ihnen zu helfen, bewilligen wir die Nutzung unserer Psy-Kommando Yuriko. Enttäuschen Sie uns bitte nicht, Commander. Die Alliierten haben sich überraschend mit den Sowjets verbündet, um uns zu überwältigen. Sie greifen bereits an... Wie viele Missionen haben wir noch? Mit dir noch drei. Spankering. Kommander, die Alliierten kontrollieren den Hafen und die Belagerung steht kurz bevor. Wir haben nicht viel Zeit, bis unsere Infrastruktur hier verloren ist. Beeilen Sie sich! Die meisten Alliierten haben Yuriko Omega nichts entgegenzusetzen, aber selbst sie können überwältigt werden. Bis zum Helfenlied. Haha. Nur weg von hier. Ist schon Pause? Nur weg von hier. Brauchst du die Gesundheit zum Puller? Ganz eher sicher. Ich bin nicht verrückt. Sie werden leiden. Den Anime-Kennst du, oder? Natürlich. Ups. Äh. Ich sage, ich wollte die Brücke zerstören und diese Uhr noch drauf gestanden. Die Lage ist sehr, sehr ernst. Die Alliierten haben sich überraschend mit den Sowjets verbündet, um uns zu überwältigen. Sie greifen bereits an. Was für ein Let's bitte machen wir denn jetzt heute Abend? Ich denke mal, Leute, ne? Ich weiß es nicht. Das kommt drauf an, wie weit der Support jetzt noch aktiv ist. Kannst du das abbrechen? Nein, die Sequenz muss bleiben. Die kann ich nicht abbrechen. Oh, die ist ja ganz kurz noch. Das zerfetzt nur noch das HQ und dann... Das ist Psy-Gangnam-Style. Ach, du Scheiße. Okay, ich zerstöre keine Brücke mehr. Du hättest das von weiter weg machen können, ne? Ja, das hab ich auch dran gestanden. Aber die hält sich jetzt um Kipp von zu oft. Ach, der will jetzt auch die Brücke zerstören. Ist schon Pause? Nur weg von hier. Ja, aber... Auf Sicherheitsabstand, ja. Ja. Mein Geist ist wach. Ja, gut. Da hinten sind die auch Gegner-Kauten. Äh, sie sind doof, ne? Ja, da hinten sind unser Krankenhaus und unsere... ...und seine Werkstatt. Und da... Wir kommen hier gar nicht mehr weiter. Ich stehe über Ihnen. Oh... Wir hätten links lang gemusst. Nein... Wo sind denn alle? Epic Fail. Bot ist da, ja. Oh, Mann. Äh... Ich kann hier nicht mehr starten. Oh, Gott. Ich brauche die Berichte von gestern. So, keine Brücken mehr zerstören. Die Lage ist sehr... Die Alliierten haben sich überraschend mit den Sowjets verbündet, um uns zu überwenden. Uno-Style, Brücken bauen anstatt zerstören. Ach du Scheiße. Erobern Sie unsere belagerten militärischen Vorposten zurück. Das wäre allerdings mal was geiles für ein Strategiespiel, wenn man über Upgrade nur seine eigenen Brücken bauen könnte und nicht nur Transporter benutzen müsste. Mhm. Gab's aber, glaube ich, irgendwo schon mal. Ich glaube, ein Eck davor oder so. Mhm. Kommander, die Alliierten kontrollieren den Hafen und die Belagerung steht kurz bevor. Wir haben nicht viel Zeit, bis unsere Infrastruktur hier verloren ist. Beeilen Sie sich! Die meisten Alliierten haben Yuriko Omega nicht verwegt von Lützen, aber selbst sie kann überwältigt werden. Über Ihren Satzziel erhalten. Das ist so eine große Reichweite, Wahnsinn. Nicht zerstören! Egal. Ich von der Brücke runter abguck. Ja. Die können wir ja zerstören. Wir müssen nur hier bladen. Und wie kommen wir jetzt zurück, weil es da hinten Dinge sind an unserer Basis und so? Brauchen wir nicht. Wie schön die aufgestellt sind. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Was hast du da vor? Ach so. Shinobi. Shinobi. Ich verstehe. Ich verstehe. Ein bisschen mehr. Sie wissen nicht, wie das ist. Was gibt es? Äh, ja. Ich hätte es einfach von meinen Shinobis erledigen lassen und hätte die Kommando auch für die andere Basis gehen wollen, aber ja. Lass den Sohn reinlaufen. Lass den Sohn reinlaufen. Sie unterschätzen meine Macht. Ich habe euch gewarnt. Ist das von Bedeutung? Eine Einheit wird angegriffen. Ich bin nicht verrückt. Ja. Fordert mich nicht aus. Also ich habe meine Basis wieder geschossen bei dir aus. Meine Klinge gehört euch. Ich gerue. Eine Einheit wird angegriffen. Oh, oh, wir können wir gleich versuchen. T-S-Server. Ja, ja, das habe ich mir ungefähr so vorgestellt. Äh, moin. Guten Tag, du bist gerade live in der Aufnahme Alarmstufe Rot 3. Oh, oh, jetzt will ich dich weiter stören. Wäre sehr nett von dir. Dankeschön. Oh, geil. Ich heiße Yuriko. Ach du Schande, wir sind die Gebäude angeschlagen. Jetzt kommt der Nächste. Oh nein, okay, anderer Raum. Oh. Reparier erstmal alles. Die Verstärkung ist unterwegs, Commander. Sie müssen die Stützpunkte halten, so lange bis sie eintrifft. Man kann kein MBF bauen, das finde ich relativ Arschlachtmässig. Aber ich bau gerade Schlachtschiffe, also... Hast du eine Kaserne oder so? Ich habe nur einen Hafen. Okay, und ich habe nur einen Hafen und eine Mechplattform. Ich habe nur eine Kaserne, aber die geht ja jetzt nicht so. Die Kaserne wäre nämlich super, wenn du hättest, weil wir hätten da hinten noch zwei Raffinerie-Dinger. Die sind platziert. Ah, okay. Die wären relativ praktisch, aber ich habe keine Kaserne, also muss ich das Boot nicht einnehmen. Ähm, das Problem ist, mir wurden, äh... Ne? Mir wurde mein Strom... Ah, jetzt. Äh, die stehen hier mitten bei uns. Ich hab's gemerkt. Also meine Schlachtschiffe. Rodert mich nicht aus. Genobi erwartet Befehle. Sie unterschätzen meine Macht. Der Tag des Drogoons ist gekommen. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Sorry. Oh. Ich bin gleich weg. Ich bin ja schon unterwegs. Schalt durch. Komm schon. Ich schieße die Träger ja schon. Aber es braucht jetzt. Träger vernichtet. Ah, nein. Da ist noch einer. Ach, komm. Wir besiegen sie. Wie viele denn nicht noch? Eine Einheit wird angegriffen. Oh, nein. Sentry Bombe. Oh, nein. Wir sind gebaut. Wir sind gebaut. Wir sind gebaut. Wir sind gebaut. Wo sind die Raffenden da hin? Gehen wir mal rein. Ja? Nun seht mich an. Sie werden unbereitende Mittel. Sie wissen nicht. Die Verbindete wird angegriffen. Kein Problem. Diese Scheißbombe. Feindliche Einheiten entdeckt. Repariert. Unbereitende Mittel. Wer braucht schon Freunde? Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Wir müssen die Raffenden. Erstmal Hafenverstöne. Wenn du siehst, dann bin ich nicht. Kommt von rechts. Also muss hier irgendwo. Ich habe eine böse Vermutung. Ach nein, da kommt auch was. Von links kommt auch was. Das ist unsere Bestimmung. Noch eine Minute. Wollt ihr euch in der Mitte? Bald werden sie vor unserer Frage stehen. Das ist unsere Schau. Eine Einheit der Angriff. Rechthian will. Hey. Immer auf. Das steht dieser Angebe nicht. Wollt ihr euch in der Mitte? Ich sehe Tesla Spulen. Das finde ich jetzt relativ Arsch. Bei Tesla Spulen sage ich. Äh, sowieso. Spektrum Türme. Mhm. Ausbeginnis halte. Wir besiegen sie.